Lieber Eileen, ich habe mir die letzten Wochen und auch Tage immer wieder darüber Gedanken gemacht, wie das sein wird, wenn ich dich zum Trauertag führe. Jetzt, einige Zeit später, weiß ich es. Es war für mich ein sehr emotionaler Weg. Der wird mir immer in guten Gedanken bleiben. Und ich freue mich darüber, dass ich deine Hand in Philipps Hand legen durfte. Dankeschön. Nein, hier dürfte noch alles vertreten. So? Genau. Ja, hier dürfte noch alles vertreten. Ich wollte eigentlich diese ganze Rede überschreiben mit der Überschrift. Auf die Freundschaft. Und das ist das ganz Besondere. Freundschaft ist eine Sache, die passiert, vielleicht eigentlich manchmal zufällig, aber muss sehr, sehr viel Glück im Leben haben, um Freunde zu haben, mit denen man grübeln kann, mit denen man lachen kann, mit denen man vielleicht auch weinen kann, aber auf die man sich auch verlassen kann. Und man kann mit euch beiden lachen, man kann mit euch beiden ernst reden und man kann mit euch beiden riesig Spaß haben. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Und ich möchte anstoßen auf das Brautpaar, auf euer Leben, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eure Ziele erreicht, dass ihr glücklich bleibt und auf die Freundschaft. Zum Wohl, auf euch. Jetzt kommt der Moment, der in keiner Trauagende steht, aber auf den alle warten, wo der Pfarrer sagt, du darfst jetzt die Braut küssen. Zum Wohl, auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020